Moin Leute und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video hier auf Pixelschieb. Und wenn ihr heute hier gelandet seid, dann ist es wahrscheinlich, dass ihr auch Video-Creator seid, die sich die Frage stellen, lohnt es sich für mich einen Hackintosh für Videoschnitt zu bauen? Und naja, diese Frage habe ich auch versucht, mir vor ein paar Wochen zu beantworten, denn ich hatte große Probleme in meinem Schnittprogramm in DaVinci Resolve unter Windows. Ich war dabei, eine Doku von mir zu schneiden und es hat einfach nichts funktioniert. Die Timeline-Performance war einfach miserabel, ich konnte keine Übergänge sehen und naja, es hat überall gehakt und der ganze Workflow war so schlecht, dass ich einfach überhaupt keinen Bock mehr hatte, meine Videos zu machen und sogar überlegt habe, diesen Kanal zu löschen. Ja, es war schon relativ dramatisch. Also habe ich mal gegoogelt und geguckt, ja, lohnt sich das, einen Hackintosh zu bauen? Lohnt sich das? Wird die Optimierung dann wirklich besser? Habe ich dann mehr Leistung und kann endlich wieder richtig geil Videos schneiden? Und Google hat so gesagt, ja, vielleicht, denn alles, was ich dazu gefunden habe, war irgendwie nicht so richtig eindeutig. Die Videos, die ich gefunden habe zu diesem Thema, haben sich teilweise auch einfach direkt widersprochen. Es gab Leute, die meinten, yo, ein Hackintosh, richtig geile Idee, wenn ihr eben Videoschnitt betreibt. Und es gab andere Leute, die meinten, nee, total instabil, das Ganze würde ich nicht machen und es dauert auch mega lange, das zu machen. Lass es einfach sein. Deswegen habe ich mir gedacht, gut, das probiere ich jetzt aus. Diese Frage will ich ein für alle Mal klären. Für mich und für alle Leute da draußen, die die gleiche Frage haben. Also habe ich notebooksbilliger.de bzw. nbb.com angeschrieben und gefragt, hey, ich würde mir gerne einen Hackintosh bauen, dafür brauche ich aber eine AMD-Grafikkarte. Könnte ich die bekommen? Und zu meiner eigenen Überraschung hieß es, ja, ja, kannst du. Und deswegen ist dieses Video heute ermöglicht durch nbb.com. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und ich würde sagen, wir klären jetzt ein für alle Mal die Frage, lohnt sich ein Hackintosh im Jahr 2020 für Videoschnitt? Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Ich habe es gerade schon erwähnt, aber nochmal der Disclaimer, notebooksbilliger bzw. nbb.com, wie sie jetzt heißen, hat mir für dieses Video die AMD Radeon RX 5500 XT zur Verfügung gestellt und diese Grafikkarte darf ich auch nach dem Video behalten und bin dafür sehr, sehr dankbar, diese Unterstützung einfach so zu bekommen. Trotzdem darf ich natürlich sagen, was auch immer ich möchte. Trotzdem an der Stelle riesiges, riesiges Dankeschön an nbb.com, denn ohne die hätte ich mir ein Hackintosh überhaupt nicht bauen können. Aber ich würde sagen, wir klären jetzt nochmal, was genau war noch ein Hackintosh und legen dann endlich los mit den Antworten auf die Frage, ob sich das lohnt. Ein Hackintosh ist eigentlich relativ schnell erklärt. Man nimmt einfach einen Computer, der nicht von Apple kommt, den man also irgendwo anders gekauft hat oder selbst zusammengestellt und installiert da irgendwie macOS drauf. Das Ganze kann ein bisschen kompliziert sein, weil Apple das natürlich eigentlich nicht möchte, kann sich aber richtig lohnen. Denn dadurch bekommt man die Optimierung von macOS und eben auch macOS-spezifische Programme, wie zum Beispiel GarageBand oder das Schnittprogramm Final Cut Pro X, ohne eben mehrere tausend Euro für einen Apple-Computer ausgeben zu müssen. Und gerade deswegen interessieren sich häufig Leute mit nicht dem größten Budget eben für Hackintoshes. Und nachdem wir jetzt alle wieder wissen, was genau ein Hackintosh nochmal war, folgt jetzt auch schon der Part mit den vielen Zahlen. Denn nachdem ich dann Stunden, Tage, ja schon eine Woche rein investiert hatte, um meinen Hackintosh zum Laufen zu bringen, wollte ich natürlich auch wissen, haben sich jetzt diese hunderte Zeilen Code, die niemand so richtig verstanden hat und der kleine Russisch-Crash-Kurs, weil irgendwie das Setup auf Russisch war, jetzt gelohnt? Funktioniert mein Hackintosh wirklich so, wie er das soll? Und wie überprüfe ich das? Und naja, dafür habe ich mir überlegt, habe ich drei Benchmarks. Einmal einen für die CPU, einen für die Grafikkarte und dann einen fürs Rendering, um zu gucken, ja wie ist das eigentlich? Lohnt sich das für Videoschnitt? Und ich würde sagen, mit den Ergebnissen legen wir jetzt direkt los. Der erste Benchmark, den ich mir angeguckt habe, ist der sogenannte Cinebench 20. Das ist ein Benchmark für die CPU, also den Prozessor. Denn ich wollte ja wissen, bringt mein Prozessor, in dem Fall der Ryzen 5 3600, im Hackintosh wirklich die Leistung, die er bringen soll? Also funktioniert mein Hackintosh wirklich richtig? Und dafür wollte ich eben gucken, wie sieht das leistungstechnisch da aus? Und im Cinebench 20 bringt unter macOS mein Prozessor eine Punktzahl von 3644 Punkten und unter Windows hat er eine Punktzahl von nur 3569 Punkten. Das heißt, wir sehen, macOS hat hier einen kleinen, kleinen Vorteil und man kann aber schon erkennen, die Leistung, die der Prozessor bringen sollte, ist auf jeden Fall vorhanden und der Hackintosh funktioniert gut. Ob das auch für die Grafikkarte gilt, das habe ich dann mit dem zweiten Benchmark getestet, in meinem Fall Unigine Heaven. Das ist ein Benchmark, der schon ein bisschen älter ist, genau gesagt jetzt elf Jahre, aber eben auch einer der wenigen Benchmarks, die es sowohl für Windows als auch für macOS gab. Und damit testen wir jetzt eben die Leistung der Grafikkarte. Und nachdem ich jeweils auf beiden Systemen diesen Test dreimal durchlaufen hatte, haben wir dann folgendes Ergebnis bekommen. Unter macOS hatte ich eine Durchschnittspunktzahl von 920 Punkten, während Windows ungefähr eine Punktzahl von 1380 Punkten erreicht hat. Das heißt, wir können sehen, keine Überraschungen hier, die Grafikperformance beziehungsweise die Performance der Grafikkarte ist unter Windows deutlich stärker als unter macOS, aber das dürfte keinen wundern, denn wir wissen, wenn es um Gaming geht zum Beispiel, ist Windows einfach die Plattform der Wahl, weil Grafikkarten da meistens einfach ihre brachiale Leistung besser nutzen können. Das heißt, der Punkt in puncto Grafik geht theoretisch an Windows, aber wie das später dann wirklich im Videoschnitt aussieht, das klären wir gleich. Denn jetzt ist es Zeit, sich wirklich mal anzugucken, wie schlägt sich das Ding denn dann beim Videoschnitt. Dafür habe ich auf dem Hackintosh natürlich erstmal DaVinci Resolve installiert, in meinem Fall die kostenfreie Version. Das ist eine wichtige Information, die viele Leute leider bei ihren Vergleichen nicht geben. Das heißt, es ist nicht die Studio-Version, es ist die komplett kostenlose Version, über die ich auch schon ein Video gemacht habe. Und in dieses Schnittprogramm, also in DaVinci Resolve, habe ich dann eine Datei reingezogen, nämlich ein Testvideo vom Kamerahersteller Red. Der bringt eben immer wieder Testvideos raus. Und das habe ich halt genutzt, weil man das sehr gut vergleichen kann, weil es auf Windows und macOS genau gleich ist. In dem Fall war das Testvideo 18 Sekunden lang und eben eine 4K-Aufnahme von einer Red-Kamera. Das ganze Ding habe ich dann in eine Timeline gezogen, die in 4K war und habe jegliches Hintergrund-Rendering bei DaVinci Resolve ausgeschaltet. Das heißt, es gibt keine optimierten Medien, es gibt keine Proxys, die Auflösung der Timeline liegt bei 100%, das heißt nicht bei 50 oder 25%, bei 100% und ich habe auch gesagt, dass kein Cache im Hintergrund gerendert werden soll. Sodass eben alles, was man in der Timeline macht, live berechnet wird und man wirklich gucken kann, was ist jetzt stärker Windows oder macOS. Dann habe ich die Maus einfach mal ein bisschen nach rechts und links bewegt, um zu gucken, wie sieht das Ganze aus. Ist das Bild flüssig, wenn ich die Maus da durchbewege? Wie sieht das mit dem Playback aus? Was sind da so die Ergebnisse? Und wie ihr hier schon sehen könnt, sind die Ergebnisse in dem Fall ziemlich gleich. Ich hatte sogar das Gefühl, dass es unter Windows noch ein bisschen flüssiger ist. Das sieht man vielleicht im Video nicht so gut, aber wenn man die Maus in der Hand hatte, fühlt es sich bei Windows einfach nochmal einen Ticken direkter an als unter macOS. Trotzdem ist natürlich auch die Timeline-Performance hier unter macOS echt sehr gut und man kann das Ding einfach easy durchscrubben, wie es so schön heißt und es ist ziemlich flüssig. Das heißt, beide Systeme nehmen sich hier eigentlich nicht so viel. Wo das aber anders wird, ist beim Rendern, denn man kennt es, man hat das Video dann fertig gemacht und man möchte das Video dann gerne rausrendern. Und wenn wir hier in den Delivery-Tab gehen, bei DaVinci Resolve habe ich natürlich auch bei Windows und bei macOS gleiche Einstellungen, aber wir sehen bei macOS, dass es eine Einstellung gibt, die Windows nicht hat, nämlich die Checkbox Use Hardware Acceleration if Available. Das heißt, nutze Hardware-Beschleunigung, falls es sie gibt. Denn Apple hat mit den AMD-Grafikkarten eine sogenannte Metal-Beschleunigung, die eben genutzt werden kann, in diesem Fall von DaVinci Resolve, um zum Beispiel das Video rauszurendern. Und das macht einen großen Unterschied, wenn es um die Zeit geht, die man eben braucht, um ein Video zu rendern. Denn unter macOS brauche ich bei natürlich gleichen Einstellungen für dieses 18-sekündige Video, in 4K natürlich gerendert, 11 Sekunden, um dieses Video rauszurendern. Bei Windows sind es 37, was natürlich schon ein extremer Unterschied ist. Und da kann man sagen, Timeline-Performance war ungefähr gleich und das Rendering geht an macOS. Das heißt, der Hackintosh gewinnt hier auf jeden Fall. Aber ich möchte natürlich hier Nägel mit Köpfen machen und feststellen, ist es wirklich besser. Das heißt, ich habe mir gedacht, du nimmst jetzt ein echtes Projekt von dir und ziehst es da in diese Timeline rein. Dafür habe ich meine 3D-Drucker-Doku genommen, die ich vor ein paar Wochen hochgeladen habe. Das Ding ist 16 Minuten 40 lang, hat viele verschiedene Ebenen. Das heißt, es ist wirklich anspruchsvoll. Und das ganze Teil ist in 4K. Das heißt, das Ding habe ich genommen und in eine 4K-Timeline in der Winch Resolve reingezogen. Wieder jegliches Hintergrund-Rendering ausgeschaltet, keine Hilfen und dann geguckt, was performt besser? Windows oder macOS? Und das Ergebnis sehen wir hier. Und man sieht hier wahrscheinlich schon, macOS läuft einfach besser. Man kann ziemlich gut durch den ganzen Footage durchgehen. Das heißt, wenn man die Maus bewegt, wird das alles ziemlich flüssig angezeigt und die Zeit, die vergeht von Maus bewegen zu das neue Bild, was da sein sollte, wird angezeigt, ist ziemlich niedrig. Man merkt einfach, wenn man die Maus durchzieht, naja, hier wird der Footage angezeigt und ich kann flüssig durch den ganzen Footage einfach durchblättern. Und man sieht, bei Windows ist das nicht ganz so. Denn teilweise ist es so, dass ich die Maus bewege und das Bild ändert sich und es ist alles cool und ich kann einfach easy durch den Footage durch. Aber man sieht an vielen Stellen, fängt es irgendwie an zu ruckeln. Und das ist die Krux bei Windows. Denn teilweise war es so, dass man eben den Kopf bewegt durch die Timeline und es läuft alles flüssig und auf einmal stockt es. Es stockt einfach zufällig für ein, zwei Sekunden und dann geht es weiter. Man hat einfach das Gefühl, dass das Programm im Hintergrund ziemlich, naja, instabil läuft. Und auch wenn man dann Leertaste drückt, um das Ganze abzuspielen, sieht man bei macOS, dass es eigentlich ziemlich zügig losgeht und es da keine Probleme gibt. Während es bei Windows, gerade mit AMD-Grafikkarten, das Problem gab, dass das ganze Playback ziemlich hart gestockt hat. Warum, das verstehe ich auch nicht. Bei Nvidia-Grafikkarten war das nämlich irgendwie nicht so. Man sieht aber schon, beim Thema Timeline-Performance hat der Hackintosh hier ganz, ganz klar die Nase vorn. Gerade wenn es um so ein großes Projekt wie jetzt die 3D-Drucker-Doku geht. Aber auch bei meinen kleineren Kameradateien, wie zum Beispiel diese Moderation, die ich gerade aufnehme, das heißt meine Dateien von meiner Lumix G81 in 4K, laufen beim Hackintosh viel, viel besser. Wenn ich da durchgehe, kann ich es eigentlich flüssig sehen und ich sehe quasi schon, selbst wenn ich nicht auf Play drücke, sondern nur mit der Maus durchgehe, was ich sage, weil es einfach ziemlich flüssig läuft. Während ich bei Windows das Gefühl habe, ab und zu mal irgendwie, ja, eine Diashow zu gucken. Und da ist die Performance einfach absolut nicht gleich und der Hackintosh gewinnt haushoch. Natürlich sehen wir auch das Gleiche wieder, was wir eben bei dem Red-Footage gesehen haben, wenn wir zum Rendering kommen. Denn bei macOS hatte ich hier natürlich wieder die Hardware Acceleration aktiv, das heißt es wurde Hardware beschleunigt und diese 3D-Drucker-Doku 16 Minuten 40 lang in 4K einmal rauszurendern, dauert unter macOS 13 Minuten und 9 Sekunden. Windows braucht hierfür 25 Minuten. Und da sehen wir eigentlich schon, der Hackintosh hat die bessere Timeline-Performance, eine viel, viel bessere Rendering-Performance und gewinnt dafür in meinen Augen ganz klar. Wichtig, das Rendering ist mir gar nicht so unglaublich wichtig, denn mir ist es einfach ein Anliegen, dass meine Timeline flüssig läuft, wenn ich da durchgucke. Denn wenn ich schneide, möchte ich meine Videos schnell kürzer schneiden, länger schneiden, Videos nach oben verschieben, nach unten verschieben, Musik reinziehen und das soll flüssig laufen. Ob das Rendering jetzt eine halbe Stunde dauert oder eine Stunde, ist mir relativ egal. Aber ich denke mal, man hat es hier schon gesehen in den Aufnahmen, der Hackintosh ist einfach viel flüssiger als unter Windows und man hat einfach viel mehr Vertrauen. Denn auch ein Problem unter Windows, es läuft halt flüssig, dann stockt es ab und zu, dann läuft es wieder flüssig und sobald man anfängt, raus und rein zu zoomen, ist es mir schon ein, zweimal passiert, dass es dann wirklich massiv geleckt hat. Das heißt, das ganze Ding ist einfach eingefroren und ich hatte doch große Angst, dass das ganze Programm jetzt einfach abstürzt. Und naja, das bringt uns eigentlich zu einem relativ klaren Fazit. Wenn ihr euch zutraut, ein Hackintosh zu bauen und sagt, ja, ich habe die Zeit, ich habe die Expertise, hier ein paar Tage, wenn nicht vielleicht auch ein, zwei Wochen da rein zu stecken, bis der Hackintosh dann funktioniert, dann kann ich sagen, ja, macht es. Wenn ihr mit DaVinci Resolve schneidet, lohnt es sich, auf jeden Fall ein Hackintosh zu bauen. Ihr braucht halt nur eine AMD-Grafikkarte und Teile, die halt für ein Hackintosh passen. Wenn ihr denkt, nee, so mit Technik habe ich es dann vielleicht doch nicht so oder so tief will ich dann nicht einsteigen, ich will mich nicht nächtelang mit irgendwelchen Codezeilen und Russisch rumplagen, naja, dann empfehle ich euch, euren Windows-Rechner nochmal ein bisschen aufzurüsten. Denn was mir zum Beispiel aufgefallen ist im Verlauf dieses Videos, ist, dass ich selber unterschätzt habe, wie wichtig SSDs für Videoschnitt sind. Denn vorher hatte ich nur eine normale SSD mit 300, 400 MB pro Sekunde circa und der Videoschnitt auf macOS und Windows war auf beiden Systemen deutlich schlechter, als er jetzt ist, wie ich ihn euch im Video gezeigt habe. Dann habe ich mal einen Kumpel gefragt, was in seinem MacBook so für eine SSD ist und der hat mir dann halt ein Bild geschickt, wo man sehen konnte, dass seine SSD so ungefähr 1000 MB pro Sekunde mitmacht. Das konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen, bin dann nochmal auf nbb.com gegangen und habe mir eine M2-SSD mit 2000 MB pro Sekunde schreibend und lesend gekauft und seitdem ist der Videoschnitt auf beiden Systemen viel besser. Übrigens, ich kriege kein Geld von nbb oder so, aber der Preis war da einfach am besten. Das heißt, wenn ihr euch nicht mit einem Hackintosh beschäftigen wollt, upgradet euren Windows-Rechner einfach nochmal. Denn man muss auch ganz klar sagen, mein PC ist auch noch nicht am Maximum, noch längst nicht am Maximum angekommen. Zum Beispiel habe ich nur 16 GB RAM. DaVinci Resolve beziehungsweise Blackmagic empfiehlt aber eigentlich 32 GB RAM, wenn man mit 4K-Dateien durch die Gegend schneidet, was ich tue. In meinem Fall läuft es beim Hackintosh richtig gut, bei Windows nicht so richtig toll. Das heißt, wenn ihr die Windows-Route wählen wollt, dann seht zu, dass ihr vielleicht einfach nochmal ein bisschen bessere Komponenten kauft, als der Hackintosh jetzt bräuchte. Das heißt, die Idee ist da quasi, die Optimierung und die Leistungsverbesserung, die euch der Hackintosh bieten würde, einfach durch ganz stumpf, pure Mehrleistung unter Windows eben auszugleichen, indem man Windows einfach noch mehr Leistung gibt als vorher und dann weiß, okay, die Optimierung ist vielleicht nicht ganz so gut, aber dadurch, dass meine Komponenten nochmal viel besser sind, als sie in meinem Hackintosh wären, wird die gleiche Leistung erreicht. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr das könnt und ihr sagt, ja, ein Hackintosh klingt nach einem coolen Projekt, dann macht es auf jeden Fall. Mir hat es extrem geholfen und mir macht der Videoschnitt jetzt wirklich wieder richtig, richtig viel Spaß, denn es ist einfach ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, ob die Timeline jetzt immer wieder ruckelt und man Angst hat, dass das ganze Schnittprogramm irgendwie abstürzt oder ob man das Gefühl hat, ja, das läuft alles stabil, mein Betriebssystem läuft stabil, mein Schnittprogramm läuft stabil, ich kann hier was reinziehen und Dinge wieder rausnehmen und löschen und die Timeline bewegen und es läuft flüssig und ich kann schnell sehen, was Phase ist. Und, naja, ich bin einfach extrem dankbar, dass ich diesen Versuch unternommen habe und jetzt wieder so viel Spaß am Schneiden habe. Außerdem, krasse Überleitung, bin ich natürlich auch notebookspilliger.de beziehungsweise nbb.com, wie sie jetzt heißen, extrem dankbar, dass sie dieses Video mit der Grafikkarte unterstützt haben, die ich ja sogar behalten darf, wie gesagt. Das ist absolut nicht selbstverständlich, gerade weil mein Kanal eben auch noch ziemlich klein ist, deswegen nochmal vielen, vielen lieben Dank, ohne die wäre dieses Video absolut nicht möglich gewesen. Ich weiß, dieses Video war jetzt vielleicht kein cinematischer Blockbuster, aber das war auch nicht das Ziel, denn Technik kann eben, wenn man wirklich tief reinspringt, sehr technisch werden und dann geht es eben auch teilweise nur noch um Zahlen und Benchmarks, so wie in diesem Video und am Ende um Timeline Performance. Es geht immer um Timeline Performance, aber mir war es einfach wichtig, keinen cinematischen Blockbuster zu produzieren, sondern ein Video, was ich mir vor ein paar Wochen gewünscht hätte, wo mir einfach jemand klar sagt, hey, das, das und das ist deine Situation, das lohnt sich oder es lohnt sich auch nicht. und deswegen noch mal ganz klar, wenn ihr die Expertise habt und bereit seid, dieses Projekt anzugehen, lohnt es sich auf jeden Fall. Wenn ihr euch das zutraut, ist ein Hackintosh im Jahr 2020 eine richtig, richtig coole Möglichkeit, um Videoschnitt zu betreiben, ohne Apple so viel Kohle in die Hand zu drücken, wie sie nun mal leider für ihre Computer haben wollen. In dem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert auch gerne den Kanal, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Schreibt mir auch gerne ein paar Kommentare, wo ihr mir sagt, hey, das war cool, das war schlecht, bau mir ein Hackintosh. Mach ich nicht, war kompliziert genug. Und ansonsten, joa, guckt noch meine anderen Videos, habt noch einen wunderschönen Tag, Nachtabend, was auch immer. Bis dahin, macht es gut, ciao. Bis zum nächsten Mal.